hallo und herzlich willkommen zurück hier ein altes survival mit dem ralph hallo mit dem herrn blaze der mit dabei gelaufen ist und mir dem ohne nancy outsider ja tau tau ist auch nicht mehr dabei krebs auch nicht mehr dabei ja schon einige mitgespielt aber es geht so viele ab ja immer schwierig die die termine ihm für alle gleichzeitig zu so zu schlägen dass man immer zusammen aufnehmen können aber let's do it is ja wir haben auch unseren spaß hier mit verschiedenen sachen und explosionen von autos und andere sagen guck mal hier in kamin so dass sie mit granatwerfer 6,5 klingt wie eine kative hatte ich gedacht das war wo ich wieder gestorben bin ne hatte ich leider nicht mit rakier mit mit her ne granatwerfer ich hatte mich ja gerade darüber gefreut dass ich keinen regen habe ne ok das vergessen wir immer ganz schnell wieder so warte mal wo waren die nächsten militär da drüben waren die na ja da hinten ist noch nicht gestorben und da ist gerade da läuft auch wer da läuft wer da hinten ohne das sind die typen schon wieder ja da gehen wir am besten links rum ich will mich jetzt holen ist mir scheißegal und wenn ich nochmal sterbe ok ich töte die in unterhosen das ist dann demütigung mal zwei wie wie ein echter mann genau und dann nimmst du dir an loot und schmeißt es woanders sind so da als zeichen dass du das gar nicht willst 20 schüsse müssen wir haben spaß getötet klar glaubt aber das sind zu viert oder fünft oder sechst irgend sowas gehst du hier unten rein ich oben hier oben wenn auch ein rucksack für dich ok und gar nichts hier ist noch eine pdw falls du 9 mm munition hast eine thrg ich habe 556 mk 20 556 hast du ja ich habe eine ähm s da ist ja ja ok ok ich habe jetzt ne ach du scheiße hier ist voll viel loot mx 6 6,5 brauchst du die könnte ich nehmen ja ist halt die die ich vorhin auch hatte ne das hier ne weste oder das ist doch ist ne weste genau so ok dann komme ich mal runter ok im 62er munition ich habe übrigens jetzt auch schon gewandt also ich habe jetzt ohne splittermine nice ihr seid was für gebäude ist es denn was ihr gerade auslutet das ist nur normal und zwei steckiges sind die meditärgebäude diese schulgarten dinge ja genau wie gesagt da hat man echt meistens glück warte mal ich hatte doch auch hier ist noch ein benzin kanister voller und hier hatte ich die mx 3gl weil wir haben jetzt auch rauch munition das bringt zwar rein gar nichts aber hauptsache wir haben es mal gucken ob ich kann nicht zion für mich ist nein geklapptes drei weil wir brauchten so was dann würde ich aber gerne da wieder raus gehen wo du rausgegangen bist dass wir uns von denen denen so ein bisschen von links her nähern können ich habe sowieso momentan leider keine munition außer wie gesagt jetzt hole ich mir noch kurz die auch granaten und die splittermine nehme ich mit weißt du was ich geh zu denen hin und hau denen auf ihren offroader die splittermine ist ne gute idee ok jetzt sind wir wieder da ich habe eine karte cool hatte ich auch gefunden karte mir alle drei glaube ich ja wie lange wieder ich bin echt noch schwer überlegen ja was ich hier machen soll ich in körper bleiben soll die atombombe reinziehen soll aber nicht ganz schön zum trader gerade ich hoffe dass ich auf dem weg dann irgendwie ein fahrzeug finde das ist meine große hoffnung ja noch eine gruppe leute zücken eine gruppe ach miss ich bin gar nicht in der gruppe ich glaube du bist der chef unlock ist offen danke bin dran locken gar nichts wir müssen aufpassen direkt quasi hier da hinten in den gebäuden sind die ne ok weil sein nebel macht die sache nicht leichter der regen ist aber wieder weg vorne ja da vorne ist deren offroader da könnte ich die mine kann verstehen hier stehen zwei offroader zwei rote einer davon war gelockt ein davon könnte ich halt so ein bisschen in die luft sprengen ich gucke jetzt mal machen irgendwen durchs fenster sehe oder so aber in dem ersten scheint mir keiner zu sein ne glaubt die sind in dem haus da hinten da hinten ist nämlich noch eins ja das sind das sind drei glaube ich zwei oder drei sind das ok in dem ersten ist keiner ja vielleicht wenn wir ins nächste gebäude reingehen vielleicht findest du da muni ne oder ne waffe gehen wir mal rein 6,5er munition falls du findest ich höre einen offroader offroader höre ich irgendein motor ist an ja von denen da unten die starten jetzt glaube ich oh warte kurz mal gerade der belstich gegeben die kommen direkt zu uns vors haus dann legt die mine im haus und geht raus oder so ja 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 aber pass nur auf dass ich nicht selbst in die luft spring pass auf pass auf hier ist ne mine hier ist ne mine rein weg rein weg alter wenn der jetzt in die bieder rennt ne deswegen wär's auch nice man ich schaue nur unten auf die ich schaue gerade nur ganz unten drauf wenn er drauf geht alter er ist irgendwas in die luft geflogen er wurde auf jeden fall gekillt und der ist auch der ist für die mine gelaufen ja wirklich für der mine man costa nice alter nice jungs costa chesterfield du hast den fies von haha saucool der mine hat geklappt ja alter es hat geklappt nice ey leute nice das war geil aber der blaze ist noch am start ne du liebst er noch oder ja ich loote den typen gerade saucool man der hat sogar night vision gehabt sehr geil na krass man der hat so ziemlich alles schäle mine hat der käsemesser geschrieben käsemesser ist ein admin im übrigen ok also play play sich hören heli ne pass auf ja wir muss jetzt respawn da oh ich bin am airfield gespawnt ne doch nicht oder ja ja ne doch ja doch ich bin unterwegs wow ist der heli jetzt abgestürzt ja der heli ist abgestürzt ich sehe den hier vor mir ich bin sogar in deiner nähe wieder gespawnt wenn ich halt jetzt wüsste ne oh ich sehe ihn ich sehe ihn was ach du scheiße mhm mhm wie konnten mich der sehen sei mir irgendwo nicht böse ich war hinter der wand ja er hat mich auch so komisch getötet ich war hinter der wand ja ja ich habe mich rechts rausgelehnt aus dem fenster und sofort hat er quasi hier ja vielleicht werde ich auch gespottet oder dem night stalker oder so ähm ich kann es dir erklären ich kann es dir erklären der steht am haus oben am anderen haus hat er vom fenster reingeschossen ich sehe den gerade der steht am haus da oben okay ja ja ich guck aber mal zum abgestürzten heli hin weil wenn der jetzt ne mk 18 mit sos hat dann ist der typ weg oh cool die schießen auf mich so die frage ist in welche richtung muss ich jetzt oh ne da ist dann ein anderer typ auch noch na cool geht voll ab ich bin gerade an dem typen voll vorbeigelaufen ja der hat so ne schöne waffe gehabt naja es geht manchmal jetzt schnell leute oh das mit domina war richtig cool ja aber krass dass die auch ein 80 gerät haben und so ich denke dass die sie alles gekauft haben ich meine wenn du hier mal wirklich mit einem guten team im squad spielst und ein zwei fahrzeuge hast dann kannst du hier schon ordentlich was abrocknen ich hätte nicht ins nächste haus gehen sollen ich hätte wieder zurück gehen sollen und gucken können ob eventuell denn sein auto gefahren wäre aber das problem ist wenn die da zu dritt oder zu viert sind das ist ja aber ich habe einen mitgenommen und das ganze mit einer mine ich finde es nice also ja war auf jeden fall ne richtig coole aktion gerade so ich bin jetzt bei einer trader city angekommen hier die bei kawalla unten mit dem mit mit dem mit den gruppen hier ist gerade echt schwierig weil ich nicht weiß wo ich hinlaufen soll aber egal wie meinst du mit den gruppen achso weil die mit den leuten gruppen das meinst du mit dem gruppensystem an sich ne ne das nicht aber weißt du ich weiß jetzt nicht linkes oder rechtes eckiges ding ja aber ich tippe mal eher aufs linke keine ahnung vielleicht aber ich bin irgendwann ja diesmal bin ich wirklich am arsch der welt bist du sicher für mich sieht das so aus als wäre es wieder richtung athira da irgendwo hier auch nicht nur ein bisschen ab mäßig größer wäre oder da ist ein bisschen vielleicht finde ich in der map oder so ohne map ist der wg aufgeschmissen japp ohja point loot ich habe zur allgemeinen belistigung grünes chemleit angemacht oh jetzt wird ja dunkel sehe ich gerade stimmt also so leicht dämmerig oh nein ich habe rein gar nichts ich auch nicht wo haben wir denn gerade 1827 ja das wird dunkel wo ist denn hier der fahrzeugtealer wo war denn das gerade jetzt irgendwie so komisch geblitzt wie es ein blaulicht angewesen wäre komisch ist da halt im dna da ist er ja komm wir werden doch jetzt irgendwo was finden was ein bisschen brauchbar ist ich habe eine rucksackladung verkauft die bringt 8000 okay das ist super heute in der 556er 20 schuss gehen beide nicht schon wieder so viel munition aber ich kann ja nichts mitnehmen so viel geld habe ich denn jetzt 11400 das ist gut ich habe hier gerne eine märkte danke schön also ja dieser mister Sven ne also geht ab ne ja ziemlich natürlich ich kann sagen von jetzt kein fahrzeugtealer bin ich jetzt bescheuert waffen Klamotten oh da war ich schon drin 0 Loot gewesen bis auf 1,2 Magazine aber so was ist denn nur der Closing Dealer gut der interessiert mich gar nicht aber ich darf gleich hier die Helligkeit hochdrehen vom Spiel ist kein Camlight dabei ja nein okay Item Dealer ich habe auch nichts das dreht mich auch nicht Waffendiener sag mal gibt es dir keinen Pfad ah doch Gott ich war einfach nur blind Fahrzeugtealer so Limousine kostet scheiße ich kann einen Mietpreis ich kann eine Limousine kaufen für 9000 Mieten Entschuldigung Mieten ach du scheiße man könnte einen Quad haben für 3,7 das kann ich kaufen naja passen auch nur 2 drauf ja aber es ist schon mal besser als gar nicht dann komme ich schon mal weg hier ich glaube ich kaufe jetzt einfach das stimmt ja ja dann kommst du wenigstens ja ich habe jetzt noch einen Quad gemietet den kaufe mir bei dem anderen Typen noch schnell einen Werkzeugkasten den habe ich zwar gerade verkauft aber ich brauche den definitiv aber vielleicht kann ich mir noch eine ähnliche Waffe kaufen bitte hier das brauche ich hier nochmal wenn wir jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen die Helligkeit hochdrehen 5.5.5.5.5.6.5 5.5.5.5.5 5.5.5.5.5 da mal ein bisschen hochdrehen jetzt sehe ich wieder ein bisschen was in oh shit einen Werkzeugkasten kostet einfach 7000 leck mich am Arsch Das haben wir 1.600 verkauft und 7.000 kostet er. Dann lassen wir das mit dem Werkzeug kosten. Ja, ich muss das auch kurz mal ein bisschen hochdrehen. Ja, wenn du sonst im Haus schon nichts mehr siehst, ist das nicht schön. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo ihr seid, orientierungstechnisch? Nee. Nein. Nicht wirklich. Es ist dunkel wie die Nacht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich in die richtige Richtung laufe oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob ich laufe. Im Übrigen den Gehörschutz kann ich aktivieren, sobald ich in einem Fahrzeug bin. Ah, gut zu wissen. Da hinten ist zwar ein bisschen Licht, aber ja. Ich wirklich viel. So, Alter, ganz ehrlich, mir geht es auch nicht anders hier. Ich habe zwar einen Quad, aber das ist auch nicht der Allerheilmittel, ich sage es euch. So, ich fahre es mal. Du hast wenigstens Licht vorn dran. Wann fahre ich denn? Richtung Flughafen? Ja, ich fahre es Richtung Flughafen. Eine andere Möglichkeit habe ich ja gar nicht, oder? Wolle ich mal einzuholen wieder? Da hinten ist irgendein Licht. Ich sehe Licht. Ich sehe das Licht, wollte ich auch gerade sagen. Geh nicht ins Licht. Ich renne jetzt zu irgendeinem Licht einfach. Ja. Geh jetzt weg. Was denn da der Outsider sieht oder findet oder was er denkt zu finden, sehen wir in der nächsten Folge. Danke mal wieder fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal bei Eid des Survival. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.